Ich bin Christian Lammitschgren. Heute presentiere ich Marc Cook. Marc, willkommen zu dem Show. Danke, dass du mich mit dabei bist. Marc, du bist für die europäischen Musikfans neu, die dich über die erste Mal hören. Kannst du dich bitte an die Musik, die du spielst, an jemanden, die du nie hörst? Ja, ich bin aus Texas, aus Longview, Texas, außer Dallas. Es ist über 100 miles east of Dallas. Aber ich bin seit 12 oder 13 Jahren. Wir haben endlich eine Rekord-Deal. Wir haben unsere eigene Rekord-Label und alles. Und ich bin so froh, wie stolz diese Leute sind, und energetisch und legitimiert, als auch. Aber auf die Musik. Es ist country-musik. Es ist eher auf der Seite der Tradition, eher als New-Age-Pop-Country. Ich bin nicht auf der Seite der Pop-Country, aber ich bin eher auf der Tradition-Country. Aber ich würde sagen, dass ich ein bisschen der alten Flavor für eine New-Age-Type-Musik. Du bist im Prozess, um eine neue EP zu lanzen. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Wie hast du die Songs bekommen? Welches ist dein persönlicher Favorit? Und so weiter. Ja. Auf der EP haben wir wahrscheinlich sechs Songs. Wir haben vielleicht acht oder zehn. Wir wissen nicht genau, welche sind da. Und das wird uns mehr Zeit geben. Vielleicht in der Sommerzeit, wenn wir endlich die ganze Album bekommen haben. Aber das ist das, was wir haben in unseren Saiten. Aber es ist gut. Du hast die Fasten Songs, die Medium-Tempo und die Slow Ballads. Some meiner persönlichen Favoriten vielleicht nicht die ersten, die eigentlich werden, aber ich habe einen, von You Were There. Es ist ein guter Family-Type Song. Es ist was ein Mann, ein Mann, was sie zu hören. Du bist jetzt ein paar Mal im Musik-Business. Kannst du uns sagen, was du gemacht hast, was du gemacht hast? Meine Erfahrungen? Es war, wenn es eine Trenche oder eine Pothole gab, dann hätte ich wahrscheinlich ungefähr alle, die hier gekommen sind. Aber es macht dir nur alles, was du bekommst. Ich komme aus einer Work- und-Class-Familie. Und alles, was wir haben, wir haben. nichts gegeben hat. Und, von der grace of God, er hat es mir so weit geholfen. Ich bin froh, dass er das für mich getan hat. die Hälfte hat endlich geschehen. Ich bin froh, dass ich heute hier bin. Woher kommen die Leute, wenn sie deine Schritte folgen wollen? Ich bin froh, ich bin froh. Kannst du das wiederholen? Wo finden die Leute mehr Informationen über dich? Oh, okay. Ich bin froh. Ihr könnt auf markcook.com und das ist m-a-r-k-c-o-o-k-e oder c-v-r-music-dot-com. Und ich bin froh, dass es viele Facebooker gibt. Aber, wenn jemand eine Frage möchte, fühle mich, denn ich werde es antworten. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. ein paar Mal in der Welt. Das war, wenn ich in der Militär. Und ich hab nicht zurück, seit ich die Musik gemacht habe. Ich bin froh. Aber ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe mich 15 Jahre alt. Ich bin froh. Ich bin froh. Und was wirklich froh ist, dass Deutschland und andere europäische Länder sind, die auf dem Lande sind. Und man würde das nicht denken, weil man in den USA nicht wissen, wie groß ist. Aber es ist gut, zu hören, gute Nachrichten. Danke für die Interview. Danke. Und wir haben eine andere Song kommen. Es heißt, Ich liebe es. Auf dem anderen wir haben, Can't Cheat in a Small Town. Ich freue mich, zu sehen, was Sie denken. Danke. Danke. Danke.